das ist ein Tor wo der Tyrannentyp war das konnte aufmachen direkt dahinter ist eine Spinne und was war da noch so dahingehend ich versuche erstmal die Spinne zu töten also bitte immer wieder Ruhe ich versuche meine Ulti die Spinne zu erwischen aber ging nicht so ganz wie ich erwartet habe Hälfte der HP weggebasht mit einem Angriff so Spinne tot sogar was fallen lassen versiegelte Rune leider nur klein oh da ist nochmal eine Spinne oh fuck hier bitteschön kann sein dass du einfach in das Tor wieder eingegangen bist wo du da bist wo die Sprungpassage ist wo was ist wo die Sprungpassage ist keine Ahnung kann ich dir nicht sagen wenn da zwei Spinnen sind das könnte sein aber ich weiß es nicht könnte sein aber ich weiß es nicht ich habe soeben eine uralte Nachricht gefunden welche die womöglich künstler schütze ich wollte nachdem nach der Rüstung schauen greif ist besser bestimmt nicht so episch aber sieht nicht schlecht aus hat mehr Balance aber irgendwas für eine Brücke gelabert soll jetzt einfach mal wieder machen und der Rogabe schreibt sie ist größer als alle Herrscher verfügt über eine ungerade Anzahl an Gliedmaßen ihr verderbtes Fleisch ist mit Waffen vermischt und es liegt etwas über Unverletzlichkeit oder Heilung dabei wahrscheinlich vergessen das scheiß Tor zu öffnen es geht von da auf war das der Weg den ich frei machen würde geht wahrscheinlich gar nicht auf so die hat irgendwas von Brücke gelabert da muss ich hin retten wollen oder wollen die einfach ein bisschen Weg daraus wieder frei machen muss ich nicht das war sprich du weißt ja nicht wo wir den Schlüssel und alle weißt ja nicht wo wir den Schlüssel und alle da kriegt die ganzen Oh da ist einer her warum läuft er weg wir haben das nochmal Hast du eigentlich mal auf die Türen mit deiner Waffe geschaffen? nee wieso ich weiß nicht noch gesprochen ich komm schon verrückt oh nice ist es mittlerweile Level wie kann man 50 was immerhin 40 bin ich mittlerweile ich bin ging es noch mal hier ich bin 42 schickt einmal verteilt kann man nicht mehr rückgängig machen oder naja egal wieviel rüstung hast du habe ich habe wie der schmied ist weg ja ne der ist verschwunden weil ich mir die alten rumgegeben habe aber man kann den anbau immer noch okay ich komme jetzt zum boss also und du sagst der ist easy die rüstung sieht halt schon geil aus also die rüstung haben sie nicht echt oh was ist das der hat ein gift oder was war das so bloß der halt sich mit so diesem scheiß herz näher der das feuer wenn er sich aber wenn er sich halten muss den einfach angreifen angreifen weil er macht dann nicht wirklich wenn wir schon noch ein bisschen schieb worte fort ist es wie jeglich war war Infiltrator heißt der Freak, oder? Ich glaub das ist ne Sie. Echt? Der Motor ist. Können weiblich sein. Der kann Schwerte oder Messer werfen. Was ist das immer? Irgendwas visiert mich hier mal an. Ne, ich visier da nichts an. Ähm, der tut auf jeden Fall eine Magie mit dem. Wollt ihr die Wellen sagen, oder willst du erstmal selber rausgehen? Die Wellen? Ne, der hat keine wirklichen Wellen, der hat eigentlich immer vielleicht. Alter, meine Magie. Nö, die Ahnung. Ich bin sehr firm und er hat mir ausgedeckt. Und du kriegst wirklich wigwästeig. Die Schreie verfolgt mich jetzt. also irgendwie tut er meine magie abzeugen kann es sein ja ich habe die ganze gesagt die mittelung darf nicht nur an der mitte stehen muss man anstehen jordan springen ja wenn es mal weg gesprungen weil ich war schon die ganze zeit dass ich man bekommen um ihn anzugreifen da ist mir aufgefallen dass die mittelungen wenn man mal eine abgestellung hat dass da mit 15 mitgestellungen sind 152 damage meine ulti oh shit das hat er jetzt geworfen ja wenn du zu weit weg bist du bist der auch zweimal so der haut ab ist er schon unter der hälfte ja dann geht er jetzt zum heilen wenn er weg wird er verbrauchschlagen aber da ist ja auch ein bisschen zeit dafür macht man keinen dämmen verfehlen ja warte ich hab das nicht vergiftet Alter Die luft wieder irgendwas Was liegt da auf dem Boden, Alter? Ach, wenn ich da reinlaufe, macht es wahrscheinlich Damage Was ist das, wenn ich da reinlaufe? Ja, was ist das, wenn ich da reinlaufe? Okay. Ja, er tankt sich. Ja, er tankt sich. Ja, er tankt sich. Ja, der ist halt echt easy. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Jetzt habe ich Blödsinn gebaut. Wie hast du eigentlich deine Magie-Waffe auch verbessert? Okay, ich habe verkackt, Alter. Fuck off, Alter. Jetzt habe ich Blödsinn gebaut. Da wurde ich über... Wie nennt man das? Übermütig. Aber wie kann man... Wie kann man die Magie-Waffe verbessern? Gar nicht. Nur mit dem Zocken oder was? Keine Ahnung, ja schon. Oh oh. Oh mein Gott, ey. Richtige Schande. Soll ich den ganzen Scheiß nochmal machen?